Herzlichen Glückwunsch dem BDP für 75 Jahre hervorragende Arbeit für die Landwirtschaft, für die Pflanzenzüchter. Herzliches Dankeschön für die hervorragende Zusammenarbeit. Ja, Pflanzenzüchtung ist wichtig, gerade jetzt, wo es um Klimaschutz geht, um Erhalt der Artenvielfalt. Da brauchen wir innovative Pflanzenzüchter. Wir brauchen auch Zugang zu neuen Züchtungsmethoden. Und das ist wichtig. Die Pflanzenzüchtung ist ein Schlüssel für die Lösung der Zukunftsfragen wie Klimawandel. Ist aber auch für uns als Landwirte der Schlüssel, um weiterhin auf dem Acker und am Ende auch im Stall über die Fütterung der Pflanzen erfolgreich sein zu können. Und deshalb wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die nächsten 75 Jahre. Denn Ihr Erfolg wird am Ende auch ein Stück weiter Erfolg von uns Bauern sein.